Wussten Sie schon, dass etwa 5 bis 10 Prozent aller Krankenhauseinweisungen zurückzuführen sind auf Wechselwirkungen und Nebenwirkungen? Deshalb finde ich es so klasse, dass Sie meine Videos schauen, egal ob Sie jetzt Patient sind oder zu Fachpersonal gehören. Denn ich bin der Meinung, dass jeder, der über diese Sachverhalte genauer Bescheid weiß, diese Krankenhauseinweisungen verhindern kann. Wenn Sie als Patient genau wissen, welche Nebenwirkungen die Medikamente haben, dann können Sie diese auch schneller mit Ihrem Wirkstoff in Verbindung setzen. Nebenwirkungen und Wechselwirkungen wird in meinen Augen zu wenig Beachtung geschenkt, besonders den Nebenwirkungen. Deshalb finde ich es so toll, dass Sie sich mithilfe meiner Videos nähere Informationen zu den Wirkstoffen oder auch zu potenziellen Neben- und Wechselwirkungen holen. Und damit macht jeder Einzelne von Ihnen die Arzneimitteltherapie sicherer und auch optimaler. Denn wenn alle Dinge bekannt sind, dann kann man auch viel schneller handeln, wodurch bestimmte Neben- und Wechselwirkungen nicht weiter verschleppt werden, wodurch es dann zu den Krankenhauseinweisungen kommt. Und dann kann man auch viel schneller handeln, wodurch es dann zu den Krankenhauseinweisungen kommt. Einzelne von Ihnen